Moin Leute, im heutigen Video spreche ich mit euch über die Eisendogs. Dieser Dungeon ist ebenfalls aus dem Addon Warlords of Draenor und demnach schon eine ganze Weile her. Mit aktuell 30 Minuten geht der Dungeon recht schnell und hat eine übersichtliche Anzahl von Gegnern. Dann würde ich sagen, los geht's! In der ersten Gegnergruppe begegnen wir drei verschiedenen Mobs. Fußsoldaten der Gromka wirken eine Fähigkeit namens demoralisierendes Gebrüll. Das solltet ihr unterbrechen, denn sonst wird euer Schaden um 15% reduziert. Außerdem geben sie euch mit Sturmschlitze einen Dot. Die Verbrenner der Gromka hinterlassen einen Feuer-Dot und verursachen mit Schrapnell-Explosionen AOE-Schaden. Der Kampfmeister kann euch mit Kettenschleifen heranziehen und aus seinem Klingensturm solltet ihr rausgehen. In der nächsten Gruppe ist ein Miniboss dabei. Champion Druna lässt Pfeile auf euch niederregnen, bei denen auch Brandpfeile dabei sind, aus denen einfach rauslaufen. Außerdem hat sie die Präsenz des Champions, die den Schaden ihrer nahen Verbündeten um 15% erhöht. Als nächstes kommt noch ein Miniboss, und zwar Belagerungsmeister Oluga. Mit Schmetterschlag wirkt er eine kleine AOE-Fläche um sich oder wirft seine Waffe auf einen Spieler. Die Waffe wirbelt dann auf dem Boden im Kreis und ihr solltet nicht drin stehen bleiben. Immer wenn er seine Waffe wegwirft, wirkt der Buff Grubenkämpfer auf ihn und erhöht seine Angriffsgeschwindigkeit um 70%, bis er seine Waffe wieder in der Hand hat. Und die Techniker werfen eine Fettfiole auf den Boden, die zu rutschiger Schleim wird. In dieser Fläche werdet ihr zu Boden geworfen, wenn ihr Fähigkeiten einsetzt, also rauslaufen. Dann kommt ihr zum letzten Miniboss, Grubenwächter Gwarnock. Mit Kettenschleifen zieht er euch heran, diese Fähigkeit kennt ihr von den Kampfmeistern. Außerdem wirkt er auch Klingensturm und die brutale Inspiration erhöht das Angriffstempo von Verbündeten um 50% und den verursachten Schaden um 15%. Die Scharfschützen der Gromka verlangsamen euer Tempo mit Beinschuss. Der erste Boss der Instanz ist Fleischfetzer Noggar, der auf seinem Reittier Schreckenszahn sitzt. Zu Beginn bekämpft er euch auf Schreckenszahn. In dieser Zeit verhaut er nur euren Tank. Sobald er absitzt, kämpft ihr gegen Noggar und Schreckenszahn. Noggar lässt Pfeile auf euch regnen und wirkt tollkühne Provokation. Während er diesen Buff auf sich hat, solltet ihr ihn nicht angreifen, da ihr sonst gefiert werdet. Dieser Effekt kann von ihm runtergenommen werden. Schreckenszahn wirkt wildes Zerfleischen und springt einen Spieler an. Während Zerfleischen aktiv ist, ist die Bewegungsgeschwindigkeit des anvisierten Spielers um 45% reduziert und gibt ihm für kurze Zeit einen Dot. Sein Geheul sorgt dafür, dass seine Verbündeten für kurze Zeit 10% mehr Schaden verursachen. Außerdem springt er nach vorne mit schreddernder Hiebe und alles, was in seinem Weg ist, kriegt Schaden. Der nächste Teil der Instanz ist einfach. Statt hier die Ogrons zu bekämpfen, lasst ihr sie vom Tank auf die Fläche ziehen. Dort stehen drei eiserne Sterne, die ihr aktivieren könnt, um möglichst viele Gegner zu töten, die sich hier befinden und eben zusätzlich die beiden Ogrons. Bevor ihr zum zweiten Boss gelangt, müsst ihr euch durch ein paar Gegner kloppen und dem Kanonenbeschuss von links ausweichen. Hier begegnet ihr Deckmatrosen der Gromkar, die mit Kriegsballwurf ihre Waffe werfen, die sich dann auf den Boden dreht. Dort einfach raus. Klammenschützen der Gromkar lassen Pfeile und brennende Pfeile auf euch niederregnen und hinterlassen Feuerflächen. Der Kettenmeister erhöht das Angriffstempo von Verbündeten um 25% mit eiserner Kriegsschrei. Ogron-Arbeiter verhauen den Tank und verursachen mit donnerndes Stampfen eine AOE-Fläche. Der Kanonenbeschuss von links kommt von dem Endboss. Ihr müsst euch hinter den Kisten verstecken und dort die Gegner töten, denn auf offener Fläche werdet ihr getroffen und sterbt. Der zweite Boss der Instanz besteht aus drei Gegnern. Es sind die Überwacher des Grimm-Gleises. Ihr solltet versuchen, zuerst Ariok Duku zu töten. Sie zaubert Blutblitz, was ihr unterbrechen könnt, und wirkt einen Schild auf den Verbündeten mit dem wenigsten Leben. Diesen Schild dürft ihr nicht brechen, da sie sonst die Bosse heilt. Also einfach abwarten, bis er ausläuft. Außerdem wirkt sie unreines Blut, einen Dot, der Naturschaden verursacht. Makok lässt Flammenwellen aus dem Boden auf euch zurollen, denen ihr ausweichen müsst, und seinem Flammenhieb, bei dem er vorwärts rennt und zuschlägt, solltet ihr ausweichen. Nisa wirft Fallen auf den Boden. Einfach nicht reintreten. Vor dem dritten Boss trefft ihr auf folgende Gegner. Wendiger der Donnerfürsten werfen Krähenfüße auf den Boden, die euch verlangsamen und Schaden zufügen. Rasende Grollhufe geben dem Tank einen Blutungseffekt, der stapelbar ist. Zwischendurch stürmen sie auf random Spieler zu und werfen diese nach hinten. Dem Charge der Grollhufe könnt ihr ausweichen, indem ihr einfach abwartet, bis sie losrennen und dann zur Seite lauft. Klammenspucker der Eisenschwingen bespucken euch mit Flammen. Aus den Feuerflächen solltet ihr raus. Belagerungsmeister Rokra verfügt über dieselben Fähigkeiten wie Belagerungsmeister Ologar. Schmetterschlag ist ein kleiner AOE, sie wirft ihre Waffe, aus der ihr raus müsst, und mit Gumenkämpfer erhöht sie ihr Angriffstempo. Der nächste Boss ist Oshir und eigentlich nur schrecklich missverstanden, weil er so hungrig ist. Mit urzeitlicher Angriff stürmt er auf den Tank zu und schlägt wild um sich. Dieser Angriff hat eine recht große Reichweite, also steht nicht zu dicht an ihm dran. Mit Essenszeit springt Oshir einen Spieler an und verfällt in eine Fressattacke und gibt den Spieler erst wieder frei, wenn wir genug Schaden auf den Boss gemacht haben. Zwischendurch springt er an die Käfige und lässt entweder Wölfe frei oder Rilax, die Säure spucken. Den Säurezauber könnt ihr unterbrechen. Oder ihr CC-t sie und nehmt sie somit ganz raus. Die Wölfe solltet ihr am besten schnell töten. Anschließend gelangt ihr zum Endboss. Ihr kämpft gegen Skulok, Korama und Zogosh. Zogosh setzt sich in seine Kanone und beschießt euch und kann erst angegriffen werden, wenn Korama getötet wurde. Ihr solltet also Korama fokussieren. Korama springt random Spieler mit Berserker-Sprung an und wirkt Klingensturm, aus dem ihr raus solltet. Den Klingensturm wirkt er aber nur während des Kanonensperrfeuers. Zwischendurch werdet ihr von Skulok durch Gronschmetter nach hinten geworfen. Während er Kanonensperrfeuer wirkt, müsst ihr euch hinter den Kisten oder anderem verstecken, ansonsten sterbt ihr. Sobald das Kanonensperrfeuer nachlässt, müsst ihr so schnell es geht an den Boss ran, um das nächste Kanonensperrfeuer zu verhindern. Aber Vorsicht, der erste Spieler, der den Boss erreicht, zieht Aggro. Und das war's auch schon mit dem Guide. Ich hoffe, ich konnte euch mit der ein oder anderen Sache helfen. Falls ihr Fragen oder Tipps rund um den Dungeon habt, dann gerne in die Kommentare damit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!